Mit dem neuen Zusatz in der aktuellen AUSF-Verordnung wird der Entscheid über den schulischen Förderort verändert. In der alten AUSF-Verordnung von 2005 war die Schulaufsichtsbehörde nicht verpflichtet, einen Platz an der allgemeinen Schule anzubieten. Mit der neuen Verordnung von 2016 müssen die Vorschläge der Schulaufsichtsbehörde mindestens einen Förderort der allgemeinen Schule beinhalten. In der neuen Verordnung wurde das Elternrecht gestärkt. Die Eltern bestimmen den konkreten Förderort des Kindes in Abhängigkeit vom konkreten Unterstützungsbedarf maßgeblich mit. Grundsätzlich wird von der allgemeinen Schule als Regelförderort ausgegangen, wobei die Eltern abweichend dazu die Förderschule wählen können. Die Schulaufsichtsbehörde schlägt den Eltern in Abstimmung mit dem Schulträger Schulen vor. Die Eltern können aber auf eigenen Wunsch ihr Kind an einer anderen allgemeinen Schule anmelden, wenn diese über die notwendigen Ressourcen verfügt oder aber auch an einer anderen Förderschule als der von der Schulaufsicht genannten. Von Seiten der Schulaufsichtsbehörde ist eine Abweichung von der Wahl der Eltern nur in wenigen Fällen möglich. In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde abweichend von der Wahl der Eltern die allgemeine Schule anstelle der Förderschule oder die Förderschule anstelle der allgemeinen Schule als Förderort bestimmen. Dies setzt voraus, dass die personellen und sächlichen Voraussetzungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllt werden können. Die Schulaufsichtsbehörde legt die Gründe dar und gibt den Eltern die Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Gleichzeitig informiert sie über weitere Beratungsangebote.